hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zu skull and bones season 3 heute gestartet und was hat sich geändert von season 2 auf season 3 da gibt es nämlich auch einiges was wir beachten müssen bevor wir uns in einem weiteren video dann natürlich hineinstürzen das was alles neu gekommen ist mit season 3 das sind so viele sachen das ist da wirklich mehrere videos benötigt das ganze ja sag ich mal vernünftig rüber zu bringen ohne jetzt halt jedes mal dann irgendwie so ein 30 minuten video sonst sparen zu machen so lange will keiner schauen und so kann sich jeder sein thema herauspicken und dieses thema heute also änderungen von season 2 auf season 3 und was es da alles gibt gibt es gleich direkt nach der werbung und für günstiges schnelles zuverlässig silber items oder auch boost für scull and bones schicke einfach mmo exp der link ist unten in der video beschreibung verwende dort einfach den code goodie und es gibt noch mal zusätzlich oben drauf sechs prozent rabatt auf alle bestellungen so und damit sind wir zurück also multiplayer hat sich ein bisschen was geändert an der skalierung und zwar war das so bisher gewesen dass die skalierung bisher bei drei spielern erst angefangen hat also wenn ihr mit drei schiffen angegriffen hat gab es eine skalierung das ist jetzt bereits bei zwei spielern der fall und sie haben vorher ja verschiedene unterschiedliche skalierung werte genutzt während einer aktivität und das war besser um mehr konsistenz in die kämpfe hineinzubekommen wenn sie das ganze jetzt so herunterbrechen auf zwei spieler so ab zwei spieler die skalierung bereits aktiv wird die skalierung betrifft folgende werte einmal natürlich die schiffshüllen stärke dann natürlich die stärke oder besser gesagt die lebenspunkte der schwachpunkte und wie viel schaden per schuss ausgegeben wird harte schiffe haben jetzt ein bisschen weniger leben haben dafür mehr schaden händler konvois elite schiffe und seemonster wurden so geändert dass sie leichter besser zugänglich sind für solospieler auch ganz ganz wichtig solospieler für die war ja so ein händler konvoi es war schon manchmal gewünscht ganz schön kniffig das dann in der zeit zu schaffen da wirklich alle schiffe weg zu machen also händler konvois elite schiffe seemonster besser machbar solo auf alle fälle festungen und türme bleiben allerdings ungeändert die haben der pläne in der zukunft da was dran zu ändern aber momentan ist es so dass sich dort nichts ändert bei den ausstattungen gibt es auch ein update und zwar die kriegstrommeln wurden gebufft und zwar war das ja vorher so die hat auch eigentlich kaum jemand benutzt also ich habe kein bild gehabt wo ich die kriegstrommeln drin mit drin hatte das war vorher so dass der ausdauer verbrauch der besatzung um 20 prozent während man im training im kampf ist reduziert wurde jetzt kommt obendrauf dass man noch mal zusätzlich 200 rüstung obendrauf bekommt und da sagen auch die entwickler selber hier dass diesen wechsel gemacht haben um halt die kriegstrommeln wirklich zu einer option zu machen die man einbauen kann was nämlich bisher einfach wirklich überhaupt gar nicht der fall war jetzt durch dieses aber waiting von 200 mehr rüstung soll es auch sinn machen mal die kriegstrommeln einzubauen wir werden sehen dann gibt es eine neue belohnung für den rampa händler konvoi und zwar gibt es jetzt so genannte neue language barrels und die sorgen dafür dass ich der effekt zerrissene segel auf einem schiff um acht prozent erhöht und auch auf einem ziel die dauer um acht prozent erhöht wird also es geht acht prozent schneller zerrissene segel und es dauert acht prozent länger der effekt das ist also neu eine belohnung wenn wir den rampa händler konvoi besiegen dann gibt es auch neue dinge bei rama und skorlock die haben beide jeweils ein neues item im inventar wahrscheinlich dann wieder zu bezahlen mit schmuggelwaren und zum einen gibt es da das density förne ist an dieser stelle und das erhöht wie schnell ein ziel überflutet bekommt also den status effekt überflutet um acht prozent und ebenso auch hier die dauer um acht prozent bei skorlock wiederum bekommen wir die shell packing station und die ist sehr sehr geil natürlich weil sie nämlich die bombarden betrifft und die bombarden die sind ja sowieso schon sehr sehr mächtig ich bin ja mal gespannt wie sich das auswirken wird auf alle fälle der effekt also der umgebungseffekt wird erweitert um sieben prozent also noch mal sieben prozent mehr radius und die nachleidezeit wird tatsächlich noch mal um sieben prozent reduziert und das ganze dann auf der sambuke die sowieso schon mit perk 6 eine reduzierung hat sehr interessant sehr interessant bin ich sehr gespannt werde ich mir auf alle fälle kaufen dass das für schmuggelwaren gibt ist der weg dorthin ja auch nicht allzu weit falls ich nicht einfach direkt zuschlagen kann seemonster wurden auch gerne zum einen wenn wir mit mehreren angreifen dass die seemonster nach möglichkeit die schiffe angreifen die mehr leben haben ist also nicht mehr so dass ihr unbedingt einfach ja keiner arsch seid derjenige der durchgehen aufs maul bekommt bis ein schiff gesunken ist und alle anderen ballern frei drauf los sondern jetzt wechselt das seemonster vernünftig auch das hier und nimmt sich dann immer den der den höchsten lebensbalken hat ansonsten gibt es hier eine ganze menge sachen die einfach dafür sorgen dass wir das seemonster auch viel öfter zu gesicht bekommen dass wir also viel öfter die möglichkeit haben auch darauf zu ballern das ist ja momentan so gewesen oder besser gehabt in der letzten season so gewesen dass man da doch relativ lange phasen hatte ohne kampf weil man einfach darauf gewartet hat das soll jetzt ebenso besser sein und selbiges haben wir natürlich auch beim mega lestari auch hier sehen wir dann die zeit die ja unter wasser ist wurde reduziert dass wir leichter darauf schießen können und dann kommt das geilste und zwar endlich reduzierte negative effekte von gegenwind und hier kommt das allerschönste an dieser stelle hier müsst ihr einfach hin lesen das ist das einzige was uns wirklich interessiert und zwar wenn wir gegenwind haben wird unsere geschwindigkeit nur noch maximal um zwei knoten reduziert also sprich mittlere schiffe um zwei knoten kleine schiffe um einen knoten und das waren halt vorher fünf bis acht knoten und das tat schon richtig wenig wenn einem da so acht knoten fehlen dann war das wirklich nur noch schippern das hat gar keinen spaß gemacht das haben sie geändert das war sehr sehr wichtig auf alle fälle neu hinzugekommen war ja mit dem letzten patch dass wir empfohlen aktivitäten bekommen hier ist es jetzt so dass die aktivitäten die noch in einer warm-up phase sind also die noch gar nicht ready sind sondern ersten zehn minuten oder sonst machen dass diese nicht mehr mit empfohlen werden sehr sehr schön weil das war einfach vorher viel zu viel was einem empfohlen wurde wo man halt ja dann trotzdem noch zehn 15 minuten warten musste dass es losgeht update to onboarding das scheint wohl einfach die einführung ins spiel zu sein dass man da nicht mehr länger durch der tollpark durchspielen muss sondern viel früher nach st end kommt keine ahnung wie das damals gewesen ist 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 schon lange her dann werden sich die handelsrouten ebenso ändern je nachdem was für wird event oder season events online sind das ist interessant dass ich da mal was an den handelsrouten ändert bin ich gespannt worauf sich das genau auswirkt und dann haben wir das schmugglerpass items nicht länger gehandelt werden können sie können nicht mehr verkauft werden sie können nicht mehr zerstört werden und sie können vor allem nicht mehr verloren werden wenn wir sterben sehr schön status effekte auf tower zerrissene segel und geflutet können sie nicht mehr bekommen ja macht durchaus sinne ein tower mit gerissenen segeln ist einfach schmarrn der kodex wurde aktualisiert klar um die ganzen neuen dinge rein zu machen und das tracking soll ein wenig besser sein damit man weiß wo man wie was bekommt wenn man gegnerische schiffe rammt wird man jetzt belohnt und zwar dafür dass die rüstung des gegnerischen schiffes um 100 für 30 sekunden reduziert wird und dann sehr schön reparatur waffen werden auch gebraucht soll einfach dafür sorgen dass mehr leute lust haben auch reparatur waffen auszurüsten ich ja wirklich dann doch eine sache die man relativ wenig sieht da haben wir genau dann auch die brick haben sie sich wohl überlegt dass wir ein super seine schiff um zu unterstützen denn es gibt jetzt den zusätzlichen effekt dass wenn man mit der brick schiffe repariert sobald man das perk hier hat ist es so dass man mehr repariert mit reparatur waffen also 5 prozent bonus wenn das ganze mit der brick gelevelt gemacht wird und ähnliches nehmen dann beim zweiten update perk wie gesagt die deutschen variante haben wir hier leider nicht deswegen müssen wir hier mit diesen namen leben aber auch hier haben wir das so dass die reparatur effizienz von waffen im augst slot um zehn prozent erhöht werden also die brick haben sie wohl als den neuen heiler erkundet damit und ebenso haben wir dann weitere abdates natürlich für die snow cutter bark bäder brigantine also es wurde alles ein bisschen geaptated und die brücke ich denke mal auch letztendlich die brücke änderung deswegen bin ich darauf eingegangen die anderen lasse ich jetzt einfach so hier stehen wie sie sind die brücke wird glaube ich einfach zu wenig benutzen und deswegen hat natürlich auch noch mehr stark hier oben die einzelnen perks auf reparatur aus auf support ausgelegt um halt vielleicht mehr spieler zur brick zu überzeugen ansonsten sehen wir hier dass sie da überall so leichte änderungen gemacht haben so leichte änderungen an den schiffen ich packe euch natürlich die kompletten patch notes unten rein in die überschreibung aber ich merke das video wird jetzt auch schon wieder viel zu lang wenn ich hier jeden punkt einzeln wirklich komplett abarbeiter weil damit haben wir nämlich den letzten punkt verbesserung und backfixes und hier geht es wirklich hauptsächlich um backfixes da sind dann eher viele interessante sachen dabei mit dem was neu ist das sind hier wirklich wie gesagt einfach nur größtenteils backfixes die jetzt nicht so interessant sind natürlich wenn man selber betroffen ist von irgendeinem back der eventuell nicht funktioniert hat oder so dann ist es schön dass das jetzt behoben wurde aber auch das findet ihr dann komplett in den patch notes ich denke die wichtigsten sachen sind wir nämlich darauf eingegangen wirklichheit die neuen sachen die wir bei scurlock haben dann vor allem ja das update auf die seemonster dann das ist halt hier die kriegstrommeln verbessert worden ich denke das war wirklich so das wichtige an den neuen änderungen in scull and bones der wechsel von season 2 auf season 3 das war es erst einmal von mir ich danke euch fürs vorbeisein im nächsten video gucken wir dann auf die ganzen neuigkeiten in season 3 isaac design so long goodbye keep gaming euer godi